Hi Leute, ja ich wollte nur sagen, dass es dieses Wochenende kein Video geben wird. Ja, eigentlich hatte ich eins gedreht und auch für die nächsten Wochen eigentlich schon welche vorbereitet für die Zeit in Weihnachten und Silvester, wo ich jetzt halt nicht so viel Zeit habe. Ja, allerdings hat meine Festplatte irgendwie einen Abgang gemacht und das Video war schon halb fertig geschnitten und ist jetzt leider futsch. Ja, und deswegen wird es halt an diesem Wochenende keins geben. Ja, ich habe jetzt schon einige Programme rüberlaufen lassen, die irgendwie die Daten retten sollten. Hat alles nichts geholfen und jetzt habe ich die Festplatte erstmal an einen Profi gegeben sozusagen, der die dann hoffentlich nächste Woche wieder herstellen kann, also die Daten. Ja, dann wird es das von dieser Woche vielleicht nächste Woche geben, hoffentlich jedenfalls. Ansonsten gibt es halt irgendwas anderes. Ja, das war es auch schon, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest und ein paar schöne Feiertage mit eurer Familie. Ja, bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Ja, ich gehe jetzt ins Bett und weine ein bisschen. Nein, okay, bis zum nächsten Mal. Tschö.